Oh indeed... Halleschön Freunde und herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft Pocket-Edition, heute Survival Games und... Ach komm, ich verkümdel mich gleich bevor ich mich da hinten an den Kisten dumm und dämlich suche... ähm... da ist einer, nämlich sta fascinating... Ein Bogen. Ah, kein Bogen, ich hab einen Bogen, ich hab einen Bogen. Ich will jetzt schnell verkrümeln. Ich hab jetzt keinen Bock, mich irgendwelchen Typen hier anzulegen. Ah, dein Glück. Die kleine Ratte. Ach komm, der wird schon irgendwie verwecken. Ähm. Hä? Der Pfeilkram nicht mal geflogen. Ja gut, ähm, ich will jetzt mal anders. Ich brauche irgendeine Waffe, ich brauche irgendeine Waffe, irgendwas, womit ich jemanden schlagen kann. Warum ist da ein Grafikfehler? Ach, ich hab überall eine Schuhe drin. Ich will keine Schuhe. Ich will euch verküllen nämlich einfach. Ich versuche mich mal so fern wie möglich zu halten. Ähm, so. Aua! Das fängt ja gut an hier. Ich glaube hier war schon einer dran, ne? Äh, Schuhe. Ich will keine Schuhe. Da auch schon einer dran. Ja. Bittig. Ach, Mann, ey. Also da fand ich's ehrlich gesagt besser gestern auf dem Live-Boat-Server, weil hier, da ist nicht mal wirkliche Zeit irgendwas zu suchen. Du bist einfach nur voll am Arsch, wenn du gleich zum Anfang gespindest. Äh, ein Helm. Dann hier. Oh! Das, was man brauchen kann. Okay. Okay. Das Problem ist, ich hab echt wenig Leben momentan. Und sehe ein kleines bisschen alt aus. Hab mich mal ab. Pfeile. Steck mich mal ein kleines bisschen. Da war noch was zu futtern drin, oder? Komm, ich hau mir mal zwei Äpfel rein. Ich brauche nämlich gerade die Lebensenergie. Oh, Mann. Das Problem ist, es geht halt viel zu schnell los. Und nicht so schnell kann ich mir nie Klamotten holen. Deswegen werde ich, glaube ich, immer verrecken. Das ist noch eine Kiste. Vielleicht hab ich Glück. Ich brauche eigentlich nur eine gute Kiste. Oh. Ich nehme einfach mal auf das mit hier. Okay. Ich will jetzt nicht, dass hier einer angewurschtelt kommt. Ähm. Zack. Frau Brust. Das ist tief. Der haut gerade ab. Okay. Ich will verstecken. Ich weiß, dass es nicht... Das ist nur Zweck, dass man sich hier verstecken soll, aber... So bleibe ich jedenfalls teils am Leben. Warum gibt's denn eigentlich hier nur Äxte? Es wäre mal schön... ...wär ich ein Schwert oder sowas kriegen könnte. Bögen, 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 Bögen sind jetzt gewesen. Was haben wir hier? Einmal nix. Einmal nochmal nix. Hatte ich nicht vorhin einen Bogen? Wo ist denn der Bogen jetzt auf einmal hin? Ist weg! Alter, gibt's denn hier nichts? Kommt schon einer an, gewackelt gerade. Ich hoffe, ich hab's jetzt angezogen. Nee, ich hab draufgeklickt, aber es zieht's wieder nicht an. Zieh's an! Achso, Deathmatch. Deathmatch beginnt gleich. Ich schnapp mir meine Typen da oben. Stirb! Okay, was hat er dabei gehabt? Das kann ich alles nicht anziehen. Leck mich doch am Arsch. Huh! Komm her! Ah, es ruckelt aber doch ganz schön. Komm her! Ich mach dich alle! So, der nächste weg. Okay, da oben ist noch wirklich noch einer. Ich kann mir nochmal eine Karotte rein. Ich hoffe nicht, dass der einen Bogen oder sowas dabei hat. Ah, da hinten. So, die krall ich mir auch noch. Ich weiß nicht, dass ich jetzt verstecken will oder so. Das wär jetzt echt doof. Versteckt sich jetzt hinter der Ecke da vorne. Kleine Sackrate. Ja, der ist auch weg. Nächster. So, noch eine kleine Karotte. Ja, das Ding ist, wenn ich anfangs lange überlege, überlebe, was ist denn das immer? Dann komme ich hier recht weit. Okay, der Deathmatch beginnt. End in. Wo ist denn der andere? Da! Komm her, Master! Komm her, hier! Warum rennst du von mir weg? Was ist denn mit dem Typen nicht in Ordnung? Bleib hier! Ja! Und jetzt kann ich an Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.